Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Alemania Aachen Projekt oder auch willkommen zurück zum, ja was heißt eigentlich, was heißt eigentlich, oder auch, das heißt genau, zum Spiel gegen Karl Marienburg, also oder auch willkommen zurück, nein es heißt einfach willkommen zurück, wie oft habe ich das gesagt, viel zu oft würde ich sagen, aber egal, wir haben jetzt Slavinsky vor einem Sturm, wir haben die aktuell den 26.01.2024 und uns fehlt ein geschulter Rechtsverteidiger, Jonas Kühn ist jetzt in der Linksverteidigung, der wird da für Prinz Aningen gesetzt sein, ich meine, okay, der wird uns natürlich da ein bisschen mehr bringen, aber Prinz Aningen ist halt auch nur eine Leihgabe von Borussia Dortmund, ich kann ja gucken, okay, 4,3 Millionen, dem werden wir niemals verpflichten können, wie George Meredis wird als offensiver Mittelfeldspieler umgepolt, könnte er eigentlich auch eine 74 haben, dann haben wir aber da, haben wir vorne unseren eigenen Lewandowski, hoffe ich, oder, noch besser, unseren eigenen Miroslav Klose, wenn man es gerade sieht, polnisch-deutsch kann er, polnische Nationalität, und dann schauen wir mal einfach, vielleicht wird er irgendwann mal eingebürgert in Deutschland, oder er spielt in der U21 der polnischen Nationalmannschaft, 1,85 Meter groß, wir werden so einiges mit diesen Jungen hier an Arbeit haben, wir gehen aber jetzt erstmal rein in das Spiel, die Hedware, können wir mitnehmen, ne? Hedware, ne, können wir nicht mitnehmen, doch für Ossitalo, nein, Jürgensen und Ossitalo sind dabei, Hedware bleibt erstmal auf der Bank, ja, okay, Klanak ist nicht ganz in Form mit dem Hedware mit, und die beiden streiten sich dann immer um den Platz mit Slawinski, dass es so eine Dreierkette ist im Sturm, haben wir denn noch irgendwie was auf der Bank, wo man sagen kann, okay, da müssen wir zuschlagen, ja, hier nur, äh, Kabar, Joe Ward wäre natürlich auch was, Palmer wäre das offensiv im Mittelfeld was, Lukas, hopf auf, hopf, hopf auf, ja, Birkner wäre natürlich auch noch nicht so schlecht, aber, aber, es ist halt nicht das, was ich suche, ich brauche halt wirklich diese Position, ist bei mir das Non plus Ultra, an, äh, Verpflichtungswichtigkeit, Edelmann, Bonner SC, aus dem Nichts, kommt der junge Mann, Kaufangebot, gehen wir bis zu, ich würde sagen, wir starten mit 300, 40.000, umgehen bis zu 450.000, 1,84 Meter groß, rechter Verteidiger, linker Verteidiger kann da spielen, optimal, aus dem Nichts, äh, da scoutet man, äh, da scoutet man jahrelang, ne, gefühlt und findet auf einmal diesen, Jungen hier, und zentrales Mittelfeld, da gibt's ja auch noch einige, ich mein, wir sind mit Uchinshu da, Uchinshu, äh, ich kann mich jetzt nicht vertan, oder, ich kann mich jetzt nicht vertan, ne, ähm, ähm, Uriane spielt aktuell, Uchinshu, ja, mach ich doch, okay, ich hab's nicht, ich hab's nicht verkackt, ich hab's nicht verkackt, sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, der kann noch was werden, aber, es gibt bestimmt noch den ein oder anderen, wo du sagen kannst, okay, das wäre natürlich noch mal so eine Nummer für sich, ne, zum Beispiel Noah Skoko, Ademjev, Greg Moore, wir haben natürlich auch noch in der Jugend, in der zweiten Mannschaft haben wir jetzt auch noch ein, zwei Talente dazu gekriegt, mit, äh, Marco und Möller, da haben wir noch Kredi, als Stoffers natürlich, der auch irgendwie rangezogen werden könnte, aber, er hat halt übelste Probleme, mit generell alles einfach, wir müssen auch mal hier beim Training einstellen, langfristiges Training, nein, Trainingsgruppen auch nicht, hier ist das, die, den Trainingsumfang, wenn die auf 40% sind, dann machen die gar nichts, und hier so fangen wir dann an, so, perfekt, das ist dann eingestellt, weil, wir müssten auch hier in der zweiten Mannschaft, kann man das glaube ich auch einstellen, Aufstellungsregeln, das, Vorgaben, Alter, Frische, Frische, Jungen, ja, es soll ein bisschen mehr nach Jungen gehen, ne, immer aufstellen, auf jeden Fall, und Morera muss immer aufgestellt werden, und Kilian Stoffers auch, dann, Spiele sind nicht so wichtig, die Moral ist nicht so wichtig, Spielerstärke, würde ich, Talent ist wichtig, auf jeden Fall, eingespielte Sau, Form würde ich auch sagen, dass er besser hat, und Frische ist halt wirklich hoch, und Alter würde ich auch sagen, dass er eher auf die, ja, auf die Jüngeren setzt, und Fitness natürlich auch, so, so, Mittelmaß, so können wir dabei bleiben, so können wir dabei bleiben, aber eigentlich müsste Stoffers hier sogar, aber, ja, Endres, wir sind halt, wir sind halt dabei, ne, wir, wir gucken, wie er die Mannschaft aufstellt, hier haben wir unsere eigene, Ausstellung, da kümmern wir uns komplett drum, das Training natürlich nicht, aber wir, ich werde gleich, nachdem wir dann beim Spiel waren, werden wir, werde ich nochmal gucken, wegen, Slavinsky, und Wagner, und Kühn und so, was ich da einstellen kann, müssen wir mal schauen, was hätten wir denn noch, rechts außen, ich meine, Lusitalo ist ein Talent, das auf jeden Fall, aber auch nicht das, äh, Beste, und Bierschenk ist da alleine, halt ein bisschen aufgeschmissen, sonst hätten wir noch Campbell, hier von Borussia Dortmund 2, wäre natürlich noch stark, und Betis Sevilla hätten wir, Erik da, Silva Morea, den könnte man ausleihen, aber das ist auch nicht das, was wir wollen, na, sing einfach, pure Erfahrung, Vorpass, aber, naja, na, 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 wir scouten weiter, für diese Saison sind wir gut aufgestellt, und wir können dann wahrscheinlich, in der dritten Liga nächstes Jahr, wenn wir das schaffen sollten, besser draufsetzen, als, jetzt irgendeinen zu holen, der sich nicht durchsetzen kann, bis auf die rechtsverteidigere Position, die will ich noch unbedingt haben, so, dann, würde ich sagen, let's go gegen Karl Marimon, gebt euer Bestes einfach, gegen die Jungs, let's go, wie läuft es jetzt hier, fünf Minuten gespielt, das ist eher ein bisschen, die Stressphase, die ruhige Phase, besser gesagt, Stressphase, die ruhige Phase, Paul Wagner mit der gelben Karte, zum Glück habe ich Höger dabei, immer wichtig, der hat auch eine fünf, Slavinsky mit seinem Tor für uns, Olivier Slavinsky, Vorlage von Horiane, auch sehr stark, und wir gehen früh in Führung, in der 23. Minute, jetzt gehen wir in die Schlussphase, der ersten Halbzeit, passiert hier noch was, auf unserer Seite, oder geschweige noch, auf der anderen Seite, oder im schlimmsten Fall, die rote Karte für Paul Wagner, wir hoffen es nicht, fünf Minuten noch offiziell, wir gehen in die Schlussphase, und da ist der Schlusspfiff, hier genau, der Wagner geht runter, Höger darf wieder auf den Platz, ja, du bist gelobt, die 2,0 wird gelobt, wir motivieren einmal die Vierer hier, und ich würde sagen, komm, Rellis motivieren wir auch noch, und David Lell, motivieren wir auch noch, als Ansprache, so haben wir es natürlich vorgestellt, wir führen, entgegen Kammerinburg, also, ich wollte gerade sagen, wir behaupten unseren ersten Platz, und kassieren direkt, nach Wiederanfünft, das 1 zu 1 von Hansen, ausgerechnet, das ist der, den ich auch verpflichten wollte, als wir noch mit Hengel Spitzel gespielt haben, und kassieren auch noch direkt, das 2 zu 1, was ist hier jetzt gerade los, haben wir so den Faden verloren, dass wir da gar nicht mit reinkommen, so, komm, Doppelwechsel, Hattler kommt auch noch mal rein, für Rellis, kannst du jetzt einfach 10er spielen, und auf einmal liegen wir hinten, 10 Minuten noch offizielle Spielzeit, können wir hier noch den Ausgleich wenigsten holen, komm schon, Jungs, was ist das, 2. Halbzeit des Grauens, oder was, gelbe Karte nochmal, Slavinsky mit dem Doppelpack, wichtig, 86. Passiert hier vielleicht sogar nochmal genau, ein richtiger Matchwinner, da ist die Schlussphase, und das ist der Schlusspfiff, ja, dauerlicherweise können wir nichts mehr daraus machen, aber egal, wir haben wenigstens noch das Unentschieden gut, mit dem Doppelpack, Doppelpack sogar von Vorlagen her, Spieler des Tages ist Prinz Anning, das Rechtsverteidiger kommt auch gut klar, anscheinend statistisch gesehen, 7 zu 8 Chancen ausgeglichen, Hansen, der Niederländer, den ich auch auf dem Zettel hatte, das wisst ihr, mit dem, Anschluss, erstmal Ausgleich, und dann kam natürlich die Führung, erster Spieler des Spiels, beste Leben, Ergebnisse gucken wir uns an, Fortuna Köln spielt, 1-3 im Kölner Derby, gegen Höln, Zweite, Rotwasser 1, 2-1 gegen Wuppertal SV, MF 0-5, 1-2 gegen Schwarz-Weiß Essen, Schalke, Zweitvertretung, 3-0 gegen Bochreuth, AST Dortmund, 0-2 gegen Westfalia Rünern, Baumberg, 1-0 gegen Paderborns U21, Steinbach-Heiger, 0-0 gegen Preußen Münster, Oberhausen, 1-1 gegen Spock, Öbel, wir bleiben erster, mit zwei Punkten Vorsprung, weil Preußen Münster auch gepatzt hat, mit dem Unentschieden, gegen Steinbach-Heiger, läuft gut, Spieltag-Statistik, wir schauen, von uns ist niemand dabei, Spieler des Tages ist, Mosse Makassi, der Linksverteidiger von Preußen Münster, GG sagen wir dazu noch, kurz vor Ende der Transferperiode, sind wir hier nochmal, gegen Rot-Weiß-Alen, ähm, ja, am Drücker, Aalen momentan, ja, 701er Stärke ist, ein bisschen stärker als wir, ist aber in der Liga, dafür definitiv um einiges von uns entfernt, 13 Punkte, wir müssen auf jeden Fall schauen, wie wir das hier regeln, die Mannschaft steht, hat wer, ja, Mereles, sie müssen alle ein bisschen reinkommen, ich habe die Trainingsziele gerade von ihnen eingestellt, von den wichtigen, okay, bei Hurianne, Höger und Kevin Großkreuz, muss ich das nicht mehr machen, weil die können sich da großartig nicht mehr beweisen, da werden vielleicht, die werden einfach vom Training her spielen, und ihre Form irgendwie halten, aber dafür sind sie mir sonst zu alt, um da jetzt noch extra Trainingsziele hinzupacken, wir gehen rein in die Partie, gebt euer Bestes natürlich gegen Rot-Weiß Aalen von Anfang an, machen wir direkt Stress, erste Minute, aber leider nichts zählbares, können wir das hier machen, Rui auf jeden Fall auf der Gästeseite, mit der gelben Karte in der neunten Minute, früher gelbe Karte, das heißt, er muss sich zurückhalten, und ich hoffe, es ist ein Innenverteidiger, weil das ist immer gut für uns, aber Marco Cirillo, mit dem 1 zu 0 für Rot-Weiß Aalen in der zwanzigsten Minute, ist kein besonders guter Start für uns, in dieses Spiel, besonders Tobias Klissner hat auch nochmal Bock, zehn Minuten später mit dem 2 zu 0, und wir stehen jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand, nach 30 Minuten, kommen wir da nochmal ran, Bierschenk ist gar nicht im Game, mit seiner 6,0, hoffentlich können wir hier vor der Halbzeit, noch einen Anschlusstreffer machen, oder zumindest nichts mehr kassieren, aber Mireles hört auf mich, und macht den Anschlusstreffer in der 40. Minute, in zehn Minuten Takt, 20, 30, 40, Bierschenk geht runter, Ussitalo darf ein ganzes Spiel spielen, Headwear darf ein ganzes Spiel, äh, ganzer Halbzeit spielen, weil sie beide die Fünfernote haben, wir gehen in die Spielergespräche, Spieler loben, Spieler loben, wir motivieren die 4, und loben die 2,5er nochmal, die das hier gut gedreht haben, Kühn wurde auch nochmal, ne, der wurde nur massiert, als seine Sprache, ich weiß, dass ihr das besser könnt, geht da einfach raus, Jungs, geht da einfach raus, habt euren Spaß, ihr könnt das, ihr wisst es auch, let's go, die Restlichen machen sich warm auf der Bank, weil wir bestimmt Jürgensen oder Höger noch brauchen, wer weiß, vielleicht sogar noch ein Kevin Großkreuz, das sehen wir alles dann, wir müssen Rot-Weiß-Aalen nochmal einen reindrücken, aber nein, Gus Bars mit dem 3 zu 1 in der 57. Minute, bitte, Jürgensen kommt jetzt auch rein, unsere finnische Connection jetzt da vorne, Jürgensen und Ussitalo, der Finnländer und der Norweger, wenn ich mich nicht richtig getäuscht habe, oder Däne, Jürgensen, nee, Jürgensen müsste Däne sein, aber wir kassieren das 4 zu 1 und das war es dann auch, Höger kommt rein, als zentraler Mittelfeldspieler und wir kriegen, ich glaube, die höchste Pleite in dieser Saison, am 20. Spieltag, hoffentlich hat Münster gleichzeitig auch gepatzt oder wir drehen hier jetzt nochmal in den letzten 15 Minuten nochmal, in den letzten 10 Minuten nochmal auf, aber es sieht nicht danach aus. Wir verlieren mit 3 zu, äh, 4 zu 1 gegen Rot-Weiß-Aalen, bitter, 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 bitter. Statistisch gesehen, Cirilo, ja, 10 zu 14 Chancen, wir waren da, Cirilo ist sogar Spieler des Spiels, das zentrale Mittelfeldspieler und der sieht sehr stark aus mit dem Spiel seines Lebens gegen uns. Ergebnisse gucken wir uns an, Paderborns U21, Spiel 2 zu 1 gegen Steinbach, Heiger, Bocholt, spielt 1 zu 1 gegen ASC, Dortmund, Schwarz-Weiß-Essen, 3 zu 1 gegen Schalkes, zweite, Köln, zweite, 3 zu 3 gegen Hennephund, 5 Kammerimund, 0-3 gegen Fortuna Köln, Sprockhövel, 1 zu 2 gegen Wuppertal, SV Preußen, Münster gewinnt 1 zu 0 gegen Rot-Weiß-Oberhausen, das war der Rühnern, 1 zu 1 gegen Baumberg. Warum ich das sage, sie haben uns damit überholt, wir sind weiterhin 6 Punkte vor dem dritten, aber Preußen, Münster konnte uns überholen und das ist natürlich das Bittere. Wenn wir erster bleiben müssen, wir wollen im nächsten Spiel, müssen wir gegen Fortuna Köln sogar noch ran, ist auch kein leichter Gegner, müssen wir hier weiter gewinnen. Von uns ist natürlich niemand dabei, Spieler des Textes, Marco König von Wuppertal, SV, der Routinier im Sturm, hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, GG sagen wir dazu noch. Kurz vor dem Fortuna Köln Spiel, haben wir in den letzten 24 Stunden des Transferfensters, nochmal Marco Edelmann verpflichtet, der junge Rechtsverteidiger, kommt für 3.78.000, habe ich da in Wirklichkeit für bezahlt, für 5 Jahre mit 2 Jahre Option, 25.000 verdient er im Jahr, könnte was werden, der junge Mann könnte durchaus was werden. Herzlich willkommen im Team, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal und er sieht nice aus, er sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus, könnte hier für die Mannschaft generell einiges bringen, Edelmann, Prinz Anning, ja, wie mache ich das, ich werde ihn nach und nach ranziehen, immer wieder mal spielen lassen, für Prinz Anning, der muss ja spielen, durch unseren Kooperationsvertrag, aber, aber, Klanak, ja, ich nehme Klanak mal wieder mit, weil Slavinsky, ja, der macht momentan nicht so die Tore, deswegen, Klanak, startet, Slavinsky von der Bank aus, wir wollen ja die Talente spielen lassen, und Ötuncu kommt rein für Hurriane, ja, nee, Hurriane ist ein bisschen besser in Form, Bierschenk ist nicht für die Pusitalo, darf ausgerechnet gegen Fortuna Köln von Anfang an spielen, er darf ausgerechnet gegen Fortuna Köln von Anfang an spielen, Kachala, Heinz, der Kader ist schon ziemlich breit, aber wenn wir in der dritten Liga sein wollen, müssen wir auch so einen Kader auf den Markt bringen, Edelmann ist sogar momentan in Form, ne, dann machen wir das so, wenn spielt er einfach von Anfang an und Kühn kommt eventuell rein, müssen wir halt mal schauen, weil die Form müssen wir mitnehmen, Jonas Kühn ist sogar Top-Transfer, 550.000 von Viktoria Berlin, Edelmann für 370.000 und Paul Wagner, wir sind dreimal vertreten in den Top 10, läuft stark bei uns, so gehen wir in die Partie, gegen Fortuna Köln, Angebot für Klanak abgelehnt, ja jetzt, wie, ich muss auch nochmal gleich gucken, welche Verträge auslaufen, ob da überhaupt was ausläuft, aber normalerweise müsste ich das Wichtigste alles verlängert haben, hoffen wir einfach, dass wir jetzt gegen, die Kölner hier, ein gutes Spiel spielen können, wir wollen ihn ablösefrei verpflichten, Johansen, will ich ihn im Weg stehen? Ja, könnt ihr, könnt ihr gerne machen, oh ne, 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 ich dachte, die wollten ablösefrei kaufen, aber nein, da sind wir durch, da sind wir durch, so, was wollte ich nochmal schauen, Verträge, wichtige Spieler, diese Saison, Breuning, ja okay, der ist Leihspieler, Jürgensen läuft aus, will ich ihn nochmal verlängern, ja, würde ich sagen, ne, da gehen wir nochmal rein, du bist Ergänzungsspieler, 15.000, komm, wir gehen auf 17.000 für 5 Jahre, Kajala, Mankats, Baka, Pals, Starke, Höger, ja die alten, die Routiniers, da kann der Vertrag auslaufen, Johansen und ja, Jürgensen, den Wichtigsten, habe ich ja jetzt verlängert in dem, gehen wir rein, in die Partie gegen Fortuna Köln, let's go, Sofortberechnung, geht raus, spielt ordentlich im Fußball, nicht so wie gerade gegen, ich habe schon wieder unseren Gegner von gerade vergessen, Essen, oder Ahlen, weiß nicht mehr, wer es war, ihr könnt es besser, Zapai mit der gelben Karte auf Gastgeberseite, okay, frühe gelbe Karte, aber das hatten wir gerade auch, und dann sind wir untergegangen, ich wiederhole nur, das hatten wir gerade auch, und dann sind wir untergegangen, und schon kassieren wir das 1 zu 0 von Tolga Hans Schahin, in der 22. Spielminute, jetzt müssen wir in den letzten 15 Minuten gegen anlaufen, einen Rückstand hinterher laufen, in der ersten Halbzeit, können wir das vielleicht noch vor der Halbzeit ausgleichen, wäre wichtig, Klarna, jetzt kannst du mal wieder glänzen, aber hast du keine Lust drauf, wie es aussieht, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt, ich meinte, Klarna, kannst du glänzen, okay, er denkt sich, ja, wenn du das sagst, dann mache ich das Boss, und so wollen wir das sehen, genau so wollen wir das sehen, Ussitalo, Klarna hat mit den 2,5, ja, es läuft, es läuft, Ussitalo ist nicht ganz im Spiel, den motivieren wir auch mal, wir loben einfach mal ausnahmsweise die 2,5er, die 4,5 Pauschale wird natürlich kritisiert, und eine 2,0 haben wir auch noch hier, Assistent macht die Massage, und so haben wir uns das vorgestellt, wir haben ausgeglichen, in jedem Spiel haben wir sogar 2,2 schon gespielt, nur gespielt, müssen wir mal gucken, wir gehen erstmal unverändert rein, in die zweite Halbzeit, und hoffen, dass Ussitalo auch direkt sein Ding macht, Ussitalo macht auch direkt sein Ding, nice one, genau so wollen wir die Arbeit, und der macht auch direkt einen Doppelpack, was ist los mit dem Jungmann, so Klarna kriegt jetzt eine Pause, Jürgensen ist gerade in Form, äh, ich meinte, Slavinsky kann da reinkommen, genauso wie Jürgensen, und dann haben wir Uchinshi, der kann auch mal wieder für Oriano reinkommen, ich meine, wir führen jetzt mit 3,1, da kann man schon ein paar Wechsel mehr machen, Ussitalo darf erstmal bleiben, der hat sich hier wirklich, durch seinen Doppelpack stark aufgespielt, und Kühn kommt nochmal rein für Prinz Aningen, damit er auch noch ein paar Minuten kriegt, und wir spielen das hier locker runter, wie es aussieht, da ist das Schluss für Gewinn 3,1 wichtig, hoffentlich hat Münster gepatzt, dass wir sie wieder eingeholt haben, erstmal gucken wir uns die Statistiken an, 5 zu 7 Chancen, und sieht, hallo sogar Spieler des Spiels, nice one, wir gucken uns die anderen Ergebnisse an, Schalke 2 spielt, 1 zu 3 gegen Köln 2, AC Dortmund 1 zu 0 gegen Schwarz-Weiß-Essen, Baumberg 2 zu 0 gegen Bocholt, Steinbach-Haiger 0 zu 0 gegen Westfalia-Rienland, Rot-Weiß-Oberhausen 3 zu 0 gegen Paderborns U21, Wuppertalerschau 1 zu 2 gegen Preußen-Münster, da haben wir das Ergebnis, Rot-Weiß-Aheim 4 zu 1 gegen Sprochel, gegen die haben wir gerade gespielt, schon wieder 4 zu 1 gewonnen, läuft bei denen, Ennef 0 zu 5, 1 zu 0 gegen Kahn-Marienbohr, und wir bleiben halt Zweiter, und im nächsten Spiel müssen wir gegen Ennef 05, okay, Spieltag-Statistik, wir schauen, von uns ist niemand dabei, Spieler des Tages ist, Berkan Öschchan, Berkey, Berkey Öschchan, sieht aus wie Emre Can, Ähnlichkeit mit Emre Can, Berkey Öschchan, läuft hart bei dir, GG, zum Abschluss der heutigen Folge, spielen wir hier nochmal gegen Ennef 05, Berklanak, Slavinsky, ich lasse ihn nochmal von Anfang an drin, Kühnen ist gut in Form, Prinz an Ningen, Edelmann auch, ja, Prinz an Ningen muss halt, das ist das Problem an diesen Kooperationsverträgen, Spieler müssen, ausgeliehen Spiele müssen im Anteil aller Ligaspiele passieren, 100%, also sobald sie fit sind, müssen sie spielen, hiervon habe ich ja leider keinen ausgeliehen, hier habe ich ja einen ausgeliehen, und von denen kriege ich halt nur Geld, und da läuft auch der Vertrag aus, müssen wir mal schauen, ab wann wir die Vertragsverlängerung anstreben können, hier mit Dortmund, weil Dortmund bis jetzt, bis zur nächsten Liga, dritten Liga, ist optimal, wir gehen rein, gebt euer Bestes, wir müssen wieder gewinnen, wir dürfen nicht mal verlieren, Liszowski auf der Gästeseite, mit der gelben Karte, frühe gelbe Karte schon wieder, und das ist natürlich bitter bei uns, letzter Zeit, ist das bitter für uns, so, aber diesmal nach 15 Minuten, liegen wir noch nicht hinten, 20 Minuten sind gespielt, und es ist ein Hin und Her, so wie ich sehe, jetzt macht Hennef gerade ein bisschen Druck, ich hoffe wir können das gleich überwinden, und zu unseren guten Wänden, so, wir gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit, bis jetzt ist sie torlos, die letzten 10 Minuten laufen, es passiert nicht wirklich was, und da ist der Abwrap, es gab nur die gelbe Karte, wir haben eine 1,5, die wird gelobt, eine 2,0, die wird gelobt, noch eine 2,0, die wird gelobt, und dann motivieren wir einfach mal, wieder Slavinsky und Usitalo, motiviere ich mal, ich weiß, dass sie das besser können, es geht da raus, erstmal unverändert, und Usitalo, du kannst ruhig wieder einen Doppelpack machen, habe ich nichts gegen, habe ich nichts gegen, ja, Liszowski, Liszowski mit der gelben roten Karte, Mengo jetzt auf jeden Fall mit dem 1 zu 0, Usitalo mit der gelben Karte, und Bierschenk jetzt auch direkt rein, weil er sowieso nicht im Game ist, richtig, Uchinschi kommt rein für Horiane, dann bringen wir Kühn nochmal rein für Prinz Amning, damit er ein bisschen länger spielt, Jorgensen kommt rein für Mengo, obwohl er das Tor gemacht hat, bis jetzt das Matchwinner-Tor, und mehr kann ich nicht wechseln, hoffen wir einfach, dass sie es über die Zeit bringen, mit der Überzahl, 10 Minuten sind noch zu spielen, macht es nicht nochmal spannend, am besten wäre hier noch ein Deckel jetzt drauf zu setzen, dann wäre das nämlich durch, oder ihr lässt es einfach so durchlaufen, da ist der Schlusspfiff, wir gewinnen 1-0 gegen Hennef, 0-5, wichtiger Sieg auf jeden Fall für uns, statistisch gesehen, 10 zu 5 Chancen, David Lell ist Spieler des Spiels, auch sehr stark, Ergebnisse gucken wir uns an, Fortuna Köln, 1-2 gegen Rot-Weiß, Aalen-Bochhold, 0-2 gegen Steinbach-Heiger, Schwarz-Weiß-Essen, 0-1 gegen Baumberg, Köln 2-0-2 gegen AFC Dortmund, Karl-Marienburg, 0-1 gegen Schalke 2, Preußen-Münster gewinnt leider wieder, 5-2 gegen Sprockhöbel, Paderborns, U21-1-0 gegen Wuppertalers, Vesfalia-Rinam, 0-1 gegen Oberhausen, wir bleiben auf 2, 10 Punkte vor 3, und 1 Punkt hinter 1, beste Leben, Spieltag Statistik, wir schauen, von uns ist niemand dabei, aber dafür 3 Spieler von Preußen-Münster und Suleymane Cebechi, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist der Spieler des Spiels und der sieht richtig gut aus, als offensiver Mittelspieler, kann man vielleicht drüber nachdenken, wenn wir aufsteigen sollten und sie nicht, kann man drüber nachdenken, genauso wie dieser, oh, lass mich lügen, Portugiese und, ich kann es, ich will es nicht, ich will es nicht, ihr kann griechisch, deutsch, portugiesisch, die Breiter, nee, das kann ich, UINER, ich, ich, weil ich, diese Flagge kenne ich nicht, das tut mir leid, auf jeden Fall sagen wir nur eins, G, G, und wie gesagt, würde ich die heutige Folge hier beenden, wir waren, wir dann noch, wir waren Konservent, genau am Ende, wie gesagt, würde ich die heutige Folge hier beenden, sagen wir mal so, wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da, ansonsten sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder, ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall unterstützen, auf dem Weg zu 1000 Abonnenten, ja, das ist einfach mein nächstes Ziel, nicht die 300, wir gehen direkt auf die 1000, ja, sagen wir auch, würde mich unterstützen, auf dem Weg zu eine Million Abonnenten, würde ich sagen, auf jeden Fall, ich bedanke mich für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!